Wie groß war dein größtes Smartphone? Meins kommt auf Sage und schreibe 4,6 Inch und hört auf den Namen Lenovo FAB 2 Plus. Das bereits 2016 releasete Smartphone hat aber nicht nur einen verdammt großen Bildschirm, sondern auch eine Dual-Kamera und einen Front-LED-Blitz. Schauen wir uns das Ganze mal an. Räumen wir zuerst die offensichtliche Frage aus dem Raum. Nein, das FAB 2 Plus ist kein Handschmeichler. Man kann es nicht mehr mit einer Hand bedienen. Nachdem wir das geklärt haben, gucken wir uns den Bildschirm mal an. Das 6,4 Zoll Display löst mit Full HD auf. Dabei bleibt immer noch alles ansehnlich. Und niemand braucht Angst haben, dass seine verwöhnten Augen beim Betrachten von Filmen oder Serien weinen. Auch wenn die Pixel-Density bei 344 ppi liegt. Der Bildschirm reagiert gut auf meine Eingaben. Schnell mal eine WhatsApp-Nachricht oder Facebook-Updates sind kein Problem. Unterhalb des Displays sind drei gut beleuchtete Softkeys, die ich zielstrebig treffe. Nicht ganz so glücklich bin ich hingegen mit den Blickwinkeln, die recht schnell nachgeben und die Farben sich in Folge verfärben. Das geht besser. Es ist nicht ganz so schlimm wie bei den günstigen FECON-Modellen, aber auch weit von gut entfernt. Dazu kommt noch ein eher mittelmäßiger Speaker. Der Sound über Kopfhörer ist gut. Da gibt es keinen Grund zur Diskussion. Bei all dem Gemeckern muss ich natürlich einsehen. Das Gerät kostet unter 150 Euro, hat ein 6,4 Zoll Display und die ganzen anderen Extras, die ich bereits erwähnt habe. Mehr war hier einfach nicht drin. Der Ton vom Fabzai Plus geht in Ordnung. Persönlich finde ich ihn sogar besser als beim Xiaomi Mi 6. Wären da nicht die kleinen Aussetzer, die sich das Fabzai Plus immer mal wieder erlaubt. Bei Videoaufnahmen werden zum Beispiel, warum auch immer, Wörter wiederholt. In der Videoaufnahme. Ein Fehler, den sich schon lang kein Smartphone mehr geleistet hat. An Bord ist ein Mediatek MT8783, der mit bis zu 1,3 GHz taktet. Der 8-Kern-Prozessor ist in vergleichbar wenig Geräten verbaut. Nur das Cube T10 und das T8 Plus setzen auf den Chip. Als GPU kommt eine Mali T720 zum Einsatz. Bei aufwendigeren Sachen, wie beispielsweise der Installation von größeren Apps, kommt das Puff 2 schon mal ins Stocken. Oder es setzt zu einem gemütlichen Gang ein. Für den Alltag reicht es aber. Man hat es denke ich schon gesehen, während dem Antutu Benchmark gerade durchlief. Ein wirklich schnelles Smartphone ist das Fabzai Plus nicht. Mit knapp 40.000 Punkten wird kein neuer Schnelligkeitsrekord aufgestellt. Im Smartphone-Rennen positioniert sich das Fabzai Plus damit ganz weit hinten. Das heißt nicht, dass das Smartphone unbenutzbar ist. Es ist nur nicht schön benutzbar. Dazu kommen leider noch ein paar Softwarefehler. Beispielsweise, wenn sich der Bildschirm nicht ausschalten lässt und man das Fabzai auf die harte Tour ausschalten muss. Die Leistung bzw. die nicht vorhandene Leistung sieht man auch in Spielen. Das neue Asphalt wird beispielsweise in das Jahr 1999 zurückgerendert und sieht gar nicht mehr schön aus. Und das liegt nicht an der Full-HD-Auflösung, sondern an der mangelnden Power des Fabzai Plus. Hier muss jeder selber für sich entscheiden. Was ist mir wichtiger? Ein großes Display oder ein starker Prozessor? Beides zusammen gibt es für den aktuellen Preis vom Fabzai Plus leider nicht. Und so könnte man sagen, dass man hier Best of Both Worlds hat. Ein okayes Display und einen eher gemütlichen Prozessor. Ich bin natürlich auch etwas verwöhnt. Gerade meine Formulierung, ins Jahr 1999 zurückgerendert, erscheint wirklich hart. Aber ganz so abwegig ist sie nicht. Wenn euch ein großes Display wichtig ist, das zum Beispiel ein Tablet unnötig macht, weil ihr damit gerne lest, dann ist das Fabzai Plus vielleicht genau richtig für euch. Denn im Office-Betrieb habe ich nichts an der Performance auszusetzen. Es kommt eben wirklich darauf an, wofür man sein Smartphone benutzen möchte. Performance ist nur wichtig, wenn man sie auch nutzen möchte. Sicherlich gibt es User, die gerade mal den DB-Navigator, Spiegel Online und Twitter nutzen. Jene dürften auch keine Probleme mit dem Prozessor im Fabzai Plus haben. Da ist es vielleicht nicht so wichtig, wenn eine App ein bisschen braucht, um zu starten. Und den Multitasker kann man natürlich auch jederzeit räumen. Gleichzeitig können eben diese Leute von dem riesigen Display profitieren. Und natürlich auch von dem ganzen Rest, der das Fabzai Plus auszeichnet. Das Fabzai Plus hat einige Stärken mit an Bord. Dazu gehört auf jeden Fall die Verarbeitung. Für den aktuellen Preis dürfte das Fabzai Plus eines der bestverarbeiteten Geräte sein, die ich bisher in meinen Händen gehalten habe. Lautstärke-Wip und Power-Button sind auf der gleichen Seite platziert. Damit man sie auseinanderhalten kann, weist der Power-Button eine andere Textur auf. Ich erwische mich von Zeit zu Zeit dabei, wie ich nur wegen der Textur über den Button streiche. Der Fingerprint unter der Kamera ist schnell eingerichtet und funktioniert zuverlässig. Nicht jeder braucht Dual-SIM. Beim Fabzai Plus können die Nutzer entscheiden, ob sie eine zweite SIM-Karte oder eine SIM-Karte sowie eine SD-Karte nutzen wollen. Das Fabzai Plus ist genau in einer Speicherausführung verfügbar. Wer damit nicht auskommt, kann den Speicher um bis zu 128 GB erweitern. Eine Besonderheit beim Fabzai Plus ist sicherlich die Dual-Kamera auf der Rückseite. Schauen wir uns die Bilder doch einmal an. So, wohin verreisen wir jetzt? Es ist 10 Uhr, auf geht's zur Arbeit. Ich weiß nicht, ob man das im finalen Video sieht, aber die Autos im Hintergrund... Okay, jetzt ist gerade kein Auto da, aber da ist ein Mensch, der sieht auch nicht so flüssig aus. Die Menschen und die Autos im Hintergrund sehen nicht wirklich flüssig aus. Sieht man das? Da war es, da ist es, da sind sie. Alle sind sie nicht flüssig. Aber zuerst hängt es unseres Frühstück. Aber leider lässt sich das Ganze nicht scharf stellen. Ich drücke hier drauf, kein Touch-to-Focus. Die Aufnahme nochmal kurz beendet. Ah, da ist der Fokus. Aber zufriedenstellend funktioniert das Ganze nicht. Oh, Arme-Einstein. Ich fühle mich hier auf. Hier haben wir eine typische Familie. Die coolste Ente in der ganzen Stadt, oder? Ich liebe diese Löffel. Ich bin immer ganz traurig, wenn in China alles der Audi sie nicht hat. Das Lenovo hat tatsächlich einen Front-LED-Blitz. Den kann man aber nicht während Videoaufnahmen nutzen. Bisschen schade. Das heißt, bei Videoaufnahmen seid ihr weiterhin auf externes Licht angewiesen. So, es ist jetzt abends und ich muss zugeben, das Bild ist gar nicht mal so schlecht, wie ich dachte. Oh, Zeit ins Bett zu gehen. Gute Nacht. Ich habe ganz am Anfang direkt die Front-LED erwähnt. Und in meinen Augen ist das auch eine wirklich feine Sache. Bilder werden aufgehellt und man erkennt viel mehr, als ohne den LED-Blitz. Das FAB 2 Plus ist ein großes Smartphone für einen kleinen Thaler. Man sollte auf jeden Fall ein Fan großer Smartphones sein, wenn man das FAB 2 Plus in den Bahnkorb legt. Es gibt zwar einen sehr eingeschränkten Zwei-Hand-Modus, aber der reduziert den Footprint des FAB 2 Plus nicht. Ihr habt noch Fragen zum großen Smartphone von Lenovo? Dann ab damit in die Comments. Für mehr Videos von der NerdBench abonnieren uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram. Mein Name ist Tim Mohn für die NerdBench.